Moin Moin, hier ist mir der Bellas Plans, wo ich grüße euch. Es geht weiter mit dem Zutemann vor 5.0.8.6 Und wir können endlich Zucker ordentlich verkaufen, weil das bringt doch ordentlich Geld. Ich habe bis jetzt den Kurs eingerichtet für Edeka und da soll aber auch irgendwo nochmal Sky sein, das muss ich auch nochmal nachgucken, werde ich auch nochmal kurz einrichten und dann kann ich mal variieren, welcher der höchste Verkaufswertpunkt am meisten Geld bietet. Dann werde ich heute mal vom Hof aus, ich habe einen LKW für Wasser gekauft, eine Tour einrichten, also einen Kurs einrichten. Das macht er fast ja auch automatisch, weil er wird automatisch beladen und lädt auch automatisch ab. Da habe ich trotzdem den Parkschild vorher angemacht, aber ich habe probiert, dass er lädt auch automatisch ab. Heute mache ich es dann lieber, seit er geparkt und dann kommt da wieder das grüne Feld unten links und dann fahre ich mit der Hand hin. Und dann kurz, halben Meter und dann den abladen. Und das ist noch, wo du, ach so, wir haben Dings ein Zuckerrübenfeld dazu gekauft. Und Zuckerrübenfabrik, der hat enorm schwum Verbrauch. Da kriegt man ja alles kein Geld mehr dafür, für die ganze Arbeit, man konnte nur Geld dafür, wenn Zucker hergestellt worden ist. Ja, das ist eigentlich soweit alles. Und ich habe jetzt, aber das mache ich jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge, ich glaube, übernächste Folge, ich habe mir den Volvo-Bagger runtergeladen. Mal gucken, wie der funktioniert. Und auch den, der ist dann auch rausgekommen, mit dem Holz, dass man holzladen kann. Und der muss man auch mal schauen, wie der aussieht, was man halt machen kann. Vielleicht kann man das noch mal was anderes machen, aber ich weiß es nicht. Ich habe die Bilder gesehen, dass er irgendwie holz ist. Aber das werde ich ja noch rauskriegen dann. Und ja, was war sonst noch? Ach ja, ihr müsst hier, wenn ihr vom Hof aus Zuckerrübenfabrik abfragt, und ihr fahrt hinten durch das kleine Tor, dann lädt ja komischerweise kurz hinter dem Tor die Zuckerrüben ab, aber die sind nirgendwo zu sehen. Weil die sind verschwunden nachher. Also da muss man auch aufpassen, also, dass man das nimmt, dass man am besten da per Hand erst vorbeifährt, und dann weiterfahren, das automatisch. Weil er lädt oben in Zuckerrübenfabrik, lädt ja auch automatisch ab, wie der Tatska. Und hier links das Feld, das habe ich gekauft. Ne, hier ist das Feld, ja. Äh, äh, er ist noch kaufen. Aber wir sind jetzt gerade im Ernten. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage Moin Moin, euer Bernhard Spensburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020